Herzlich Willkommen zu Part Nummer 36 36? Das wäre 16? Nein, 16 und 30 16 und 30, gut 1684 Gut, und wo waren wir stehen geblieben? Bei 7 Und ich kann bocken Genau Und blub blub Darunter in seinen vielen Noten Und sei noch was ganz anderes Aber Leute, ich gehe jetzt Und werde jetzt meinen Freund Ranjit mit reinholen Ranjit Hallo Ranjit Hallo, liebe Leute, Ranjit ist dieses Mal mit hier Und wer meinten so Super ginger gefunden Mach gut klar, ciao Ranjit, ich gehe dann mal Tschüss Da ist er weg Das ist wieder drüben Harry Potter Gut, äh, Hallo Ranjit Hallo Sabi Freut mich sehr, dass du da bist In meinem Land, der Name heißen Komisch Komisch? Ja, komisch Ranjit, äh Freut mich sehr, dass du beim Display heute dabei bist Wir haben mich auch Und wenn wir noch andere Freunde sehen von dir heute Weiß ich nicht, meine Brüder seien alle noch im Puff Okay, was machen wir das? Mit Frauen Reden Nur reden? Reden In unserem Land heißt das Reden Also nur reden Reden Also reden Wir wollen uns nicht, wie es bei euch nach dem Land heißt Komisch Nein, nix komisch Heißt reden Nein, dein Name war ein Reden in meinem Land Okay, egal, wo wir uns da die Eure Komisch Heiko 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 Kein weiß was, was da drüben Runjus wieder spielen Okay, Kai, viel Spaß noch Okay, äh, runjus bringt hier mal wieder ein bisschen was hier Mit in Slitsplay und das ist mal wieder sehr witzig, wie sie sagen Mein Land soll in deinem Land auch kommen Meine Lande sein großer Fan von dir Von mir Nein, aber von Komisch Wir bauen Häuser mit Komisch in unserem Land Okay, jetzt beziehe ich mal bis in deinem Spiel wieder Sabine Was du sagst, was du sagst, in meinem Land Ja, wir aber jetzt, äh, kommst du dich mal ein bisschen wieder hier aus dem Plan hier Und, äh, wir wollen ja das Spiel hier und kommst hier nicht dein Land Das ist ein Hammer Und jetzt haben wir 20 Sekunden für Und auch Gehensloch in meinem Land sehr einfach So, wir sind drin Wir machen das Wort Okay, und jetzt werden wir ein Schlangenbeschwörer kennenlernen Runjus von auch Schlangenbeschwörer Aber Freude, ich bin Rüppel, kann ich versuchen Wir so ein Schicksal, du hättest, du hättest Das trifft sich, ich sehe da oben, ne, das ist ein Schatz, er gehört aus, wenn hier an ihn herankommt Runjus einfach seine lange Peitsche Russolin Lass Runjus spielen Nein, Runjus lass deine Peitsche drin Gut, kann es bei Pokémon gerne machen, wenn man nicht wieder Routenschlag einsetzen muss Dann haue ich dir meine lange Leine um die Ohren Gut, dann hätten wir das geklärt Dann hätten wir das geklärt Gut, ähm Der Kackenjunge Also Runjus Runjus, du bekommst gerade einen Lachanfall, kann das sein? Nein Frage, wann kommt Kai wieder? Kai ist auch wieder von Harry Potter Okay, irgendwie fehlt mir Kai jetzt schon Runjus so nicht mögen oder was? Nein, ich mag Runjus aber Mein Name sei Runjus, mein Name sei Runjus Runjus? Nicht Runjus Runjus You know Runjus, okay Es freut mich sehr, dass du da bis heute Mein Land freund auch, dass ich da bin Hallo Land Runjus Aber Runjus, es wird Zeit, dass du wieder normal redest, also Das ist eine Schlange Und ich sehe Eier Meine Schlange auch sein Groß Das glaube ich, die Runjus Wollen nur sehr Mein Mann, jeder hat gesehen, meine Schlange Das freut mich sehr, aber ich möchte deine Schlange nicht sehen So, aber jetzt werden wir erstmal mit der Schlange nach oben teleportiert und mit dem Zingst Puzzleteil Machen wir es einfach so Und sagt, da haben wir Puzzleteil Nummer Nein, das nicht Prozerteil Nummer 6 Sex, genau Habe ich auch oft in meinem Land Mein Land sein Vorfeld Okay, Runjus Ich habe viele Brüder und Geschwister Mindestens 88 Okay, Runjus, wie lange bleibt jetzt eigentlich hier? Runjus bleibt Part 1 hier Diesen Part? Part 1 Part 1 Diesen einzigen Part? Part 1 Runjus vielleicht kommt später wieder, muss ich klären, was mit Kai Okay, ich werde mit Kai reden, ob du überhaupt noch mal kommen darfst Runjus, dir schlagen kommst und dir all kommst Also Runjus, äh Möge dir Runjus? Runjus hoffen Okay, ähm Leute, schreibt bitte Oh scheiße Schreibt bitte in die Kommentare drunter, ob ihr Runjus mögt ob die Runjus öfter sehen wollt oder bei Runjus einfach nur total bescheuert findet, Runjus kann man das wieder, wenn Runjus wollt und die Rauch Ja, aber schreibt wirklich drauf, wenn ihr Runjus nicht mögt und sagt, da gehört einfach nicht zu mir dazu Runjus gehört zu Runjus Auch zu euch, Runjus dazu Weil Runjus zu jedem dazu gehört Gut, ähm, unser Baum hat dann auch wieder Wasser bekommen Mein Baum bekommt auch wieder Geld Gut, das war es dann Nummer 77, ich hoffe du gießt täglich meine Pflanze Das freut mich sehr, dass eine Pflanze gegossen wird, ist auch wichtig in der heutigen Zeit dass die Pflanzen gegossen werden, sonst gehen sie ja kaputt, oder? Meine Schwester, 77, heißen Runjus 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 Runjus, gut, freut mich Also jetzt konzentrieren 2 auf das Spiel bitte, und äh jetzt holen wir uns puttelt eine Macht Runjus, ja Gut, Runjus Ähm, welches bisschen da ist das? Ringerfliegen 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 Sehr gut Genau das war ich auch vorhat Kai hatte Unrecht gehabt, gobe kommen, bram mal in diesem Level vor Ja Hey, aus und Hast du aber nicht, ich hab zugehört vor Ja, aber Runjus, seit wann bist du eigentlich jetzt hier? Wie lange, was ist die ganze Zeit zu drüben gehockt und das ist immer was an, so was, oder? Runjus war bei deiner Mutter Runjus war bei meiner Mutter Runjus hat seine Mutter eigentlich nicht Runjus Runjus Also solche Kommentare möchte ich nicht mein Let's Place haben mit Runjus 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 hat bei deiner Mutter gegessen, hast du ein Problem damit? Das ist okay Runjus ist gut Gut Was gab's denn leckeres? War aber leckerer Frickadelle Gut So, und jetzt machen wir das Aufs Beispiel mit Hacker Peter Gut Äh, jetzt holen wir So, Schatz Äh, Ob du dich hat, du ist jetzt mal mein Let's Place ist noch die Frage Ich hoffe, ihr habt nichts gegen Runjus Runjus Ja, schreibt mir in die Kommentare, wer Runjus mögt Wenn ihr Runjus mögt, bitte nochmal dabei sein Runjus nicht Runjus 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 in mir ist auch egal, Runjus 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 Okay Wo haben Kai gehört? Ja, ich hab Kai gehört Er mag mich, ich wohne seit sieben Jahren mal Ah Okay So, ich mach mich aber erst seit 4 Okay Äh, äh, jetzt fliegen wir durch Lessen Ring, wie ich sagen Runjus Wir, Zeit, wir lassen Schauferdrasse dabei auch geschützt Der Löffel zu fliegen ohne Schuss ist nicht schön Ich weiß Oh, noch Mein Atem sind es der Schwester auch Gut, wir haben jetzt noch einen Ring vor uns Letztendlich doch noch einen Ich habe gedacht werden dann alle Aber jetzt um uns letzten Ring und dann Mh 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 Eid Mh D Mh Mh L um danach ist immer kennengelernt und jetzt nicht abtut hier haben wir ein Mann mit man geht man geht man sieht die Schüsse Frau von Mannheim freut mich ein Papier hat sich sehr gefreut und Jahrhundert von das weiße der Proben nicht an es war nicht bestellt wie fand es so bis jetzt mal was sie alle geguckt bei alle Parten Rande sieht nichts damit wird der Internet-Börse in Deutschland vor Ort das ist natürlich nicht gut Bruder Nr 2 er sind schon 80 Jahre 30 Jahre und ich stelle und wir haben sie so mir gehen die Eier aus zehn maßen das Wort hat deswegen die noch Eier holen und dann wenn wir die Eier haben können wir da weitermachen damit wir endlich in das Labyrinth gehen können und somit auch fast alle Büsselteile haben und jetzt hat der Emulator ganz kurz mal umgesponnen immer noch und jetzt geht es wieder gut um wir haben manche seiner anwesendung hier glaube ich meine Wart kommen bald ich besuche er kommt meine Brüder was ist mit den Brüdern wo muss man besuchen wollen kennenlernen dich ich finde nicht ich bin aber männlich und vergeben tut mir leid aber der Name sei in Sabine wurde mir gesagt nein mein Name ist Sebastian Kürzfassungen langfassend von Seppi Sabine nicht mehr als Name und ein Kult in meinem Land in meinem Kuchen ist der Weg so ist es schon eingetreten von uns ist die Munde hat seinen Kopf geschüttelt da haben sie er ist eine Bräschige haben einen Freien in die Verstumpte von Sittlenzern ich mag was kommt noch ein Rinderhause das wird nicht funktioniert tut mir leid die Gesang vorliegen Farki ist es ansteht Runden von Sabine wenn du ein Rüstigen Karsus kommen zu mir ich würde davor diesen Part abzubrechen glaubt mir das das war der Kreis aber auch der Idiotische also um Frage ist man nicht na der Part kommt rein egal wie dann könnt ihr euch auch mal überrannt die Tod lachen und eurem Gernberg wieder bei der Rechner sagen Japanische Schriftzeichen Mixer-Japanische Schriftzeichen meine Sprache der Einführer haben nur 74 Buchstaben die mir auch eine Mütze und wird unsere Arbeit so dann werden wir haben jetzt hier in in der Anlass und wird kein weiter machen ich habe gar nicht zu spielen dann holt er über aber dann Zeit sein groß wir haben noch zwei Minuten holt Kai rüber Kai ihr müsst weiter spielen Kai Ranji Kai Kai Tschüss Kai Tschüss Ranji Kai Leute Kai Kai ich hab dich sehr vermisst Kai Sabi ja dann muss es so dass sein Name Kumis heißt in seinem Land ja weiß ich ich auch Prozent jetzt aber wirklich mal um und an die ist ein ein ergeben in sich da war es ist das kann ich mir auch nicht böse nehmen so ist es ein Wiener schon da bin ich mir erzählt Jaja, Ranjit und seine Nacht macht sich schon wieder. Ja, aber wie gesagt, Ranjit gefällt mir nicht. Und ich habe mich jetzt verirrt hier. Und ich komme dem nicht vorbei. Sag, ich komme vorbei. Du bist recht tot, man. Noch nicht. Ich schaffe das. Ranjit so genervt, dass du spielst. Ich habe es geschafft. Sag mal. Sag mal. Ja, den hol ich gleich noch. Aber ich wollte mal wieder lebendiges Leben. Ja, wir wollen es ist dieses Puzzleteil und dann, ähm, würde ich sagen, werden wir diesen Partie auch. Im nächsten Partie sehen wir dann nur noch keinen. Hoffentlich. Dann geht es besser. Gut, dann sehen wir ranjit. Gut, nach ranjit. Und nach ranjit. Dann sehen wir ranjit schon mal nicht mehr im nächsten Part. Ja. Das freut mich. Nichts gegen Ranjit, aber er passt nicht in den Let's Plays rein, irgendwie mal. Hä? Ranjit ist toll, aber er passt wie gesagt nicht in den Let's Plays rein. Ihr mögt auch Ranjit. Ich weiß es genau. Ich weiß auch, dass ihr es wisst, dass ich es weiß, dass ihr es wisst. Andrew? Sieht mich.